Jo Leute, herzlich willkommen zurück bei Minecraft Stadttheater. Oh mein Gott, da kam auf einmal eine Fehlermausse, die gebrannt hat. Mit dabei heute Dalu Shigo, Nancy, Goro, Maxi und die anderen, die da irgendwie so Quatsch machen. Links in der Videobeschreibung, bis zum nächsten Mal. Was ist in der Videobeschreibung? Rings. Ring, Ring. Strings. Who's there? Strings? Das sind die Strings. Au! Ja, bei Nancy hat jetzt eine neue Geschäftsidee. Gebrauchte Strings bei Ebay. Genau. Verkauft sie schon gut. So neu ist das gar nicht. Och ey, ich komme irgendwo aus dem Boden raus und werde jetzt da oben wieder Manus. Wo ist der? Ich glaube, dass du schon aus dem Boden raus bist dann. Ist ja so weit unter der Erde. Gibt es das Geschäftsmodell schon? Gebrauchtes Ding? Ja. Ja. Da gibt's Automaten dafür. Was? Was? Automaten? Ich wollte gerade sagen. Natürlich, das finden doch manche richtig geil. In Deutschland? In Galilei in Deutschland. In Deutschland auf jeden Fall. Wo denn dann? Da gehen unter der Hand weg, die beraubt müssen. Wo denn? Die tragen nicht so sieben Tage und dann wenn... Scheiße. Ich brauche jetzt einen Tipp. Ich brauche einen Trick. Was kann ich machen, wenn ich gerade... Sand fällt gerade auf mich runter und ich... Ja, werde halt von dem Block zerquetscht. Eine Schaufel nehmen und buddeln. Scheiße. Habe ich in der Zeit nicht. Ja. Du kannst ja immer noch mal losreden. Also es ist so schlimmer. Ich bin ausgelockt. Ich bin schon mal gegangen. Oh mein Gott. Also wenn du... Oder eine Schaufel buddeln, ne? Wenn du ganz schnell bist, Koordinaten... Schnell einen Screenshot von machen und jemand hilft dir. Oder schnell eine Fakle auf den Boden legen. Ja, aber ich hab... Ich müsste für beides ins Inventar gehen. Ne? Wo bist du? Ja, so schnell stirbst du ja auch nicht. Dann bist du tot. Dann stirbst du halt. RIP. Rest in Peace, mein Freund. Du weh, nicht nur Scheiße. Das ist halt blöd, weil... Ach, Kacke. Zweiherzen. Ach. Dann stirb doch halt. Das passiert doch nichts. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Du kriegst auch einen Punkt, wo Kacke angetan. Ich werde nie wieder reinkommen. Ich denke, du bist bei mir im Keller, lol. Vorne drei Stunden habe ich mich in eine Richtung gebuddelt. Na gut, da kann ich dir nicht helfen. Das ist wohl wahr. Du findest doch vielleicht ein Loch wieder. Ah! Ich lebe. Halbes Herz. Der ganze Stress damit, dass du lebst. Ne, immer einloggen, einmal hochspringen. Einloggen, einmal hochspringen. So konnte ich drüber hüpfen. Easy. Weiter geht's. Okay. Nummer 14... Da dumm-dam... Tadam-dam... Dab jullie isch? Bam-ba-dam... Bam-ba-dam-dam. Bam-bam-bam-bam-bam-bam! Bam-ba-dam-bam-bam-bam! Oh, ich will hier weg! Was unterwegs ist. Ich braucheелей on-box. Ich will hier weg. Hast du jetzt gerade OMG gesagt? Nein, gesungen! Okay. Äh. Wow, da muss man einfackelt Kartoffeln essen, dass man wieder... kocht die doch was ist die höhe für gutes eisen ist es nicht irgendwie höhe 24 oder so dass die komische zahl 26 eisen findet man doch überall fast direkt unter der erde egal wo das findet genau in seiner wand rausgekommen das sieht jetzt das ist der perfekte zeitpunkt das ich habe jetzt hier wieder richtig viel essen bei dir zu haus oder ja also jetzt nicht im rl das ist dann hier in minecraft was kann ich eigentlich noch mal aus dem jellyfisch machen hier komm ich bin das voller jellyfisch time raw jellyfisch kann ich ein slimeball draus machen jawohl ich habe das gefühl glaubt ihr nicht warum hast du das jetzt auch gemacht gore was habe ich gemacht so eine fischfalle ja nice da ist aber ich habe nur eine versus vier oder bin ja auch ein fischers mann bist ja auch willy das schneit nie im sommer ja auf april nicht mehr jetzt ist mai ja ich habe mein geburtstag ich auch die besten haben die da im mai geburtstag das quatsch ihr habt echt an dem mai geburtstag ja 28 am 15 da kommt ja jede woche ein special damit ja hört auf warte mal wann kommt die folge denn hier an deinem geburtstag ne warte mal 1 2 3 4 jetzt hat grenze eingeleitet ne ja ja wenn du explodierst du alter wichser ey das gibt krieg hab ich jetzt falsch gezählt 5 vor 1 ja dann hast du ja am achten hat es wie ein großer dalle ne am sieben ja dann hast du ja heute in der folge geworden deswegen sagt er es doch jetzt merkt der sau ne hab ich ehrlich nicht jetzt müssen wir ihm auch eigentlich gratulieren aber dann ist es ja vorträglich ein ne das machen wir nicht das bringt okay alles gut gratulieren wir unten in der videobeschreibung leute donation button ist verlinkt wenn wir wirklich gratulieren wenn wir wirklich gratulieren können wir unten über den link eine nachricht schicken wie das betrag ist zwei euro unter meinem video ist auch ein link da könnt ihr auch die nachrichten senden und kostet fünf euro die nachricht zu senden aber ich gebe die grüße und aber nicht das geld an dalle weiter ja einfach hier geburtstag du kriegst ja jetzt wieder richtig viel spam dinge rein nice haben wir gut gemacht erst mal zu penny erst mal n harry erst mal n harry mach mal nicht so n larry konto leer harry her harry heinenfurt ne steinfurt wie ist er denn noch oh god harry hey da zwieger was harry hirsch harry ja hier harry hirsch der rasende reporter ey harry steinfurt oder so ja aber wie hieß er denn hier harry heinenfurt ich glaube er hieß steinfurt harry ach harry weinfurt meint er weinfurt wir starten schon wieder was hat er nochmal für ne show gemacht hm da mit dem mit dem zonk hier wie hieß das leute ah geh aufs ganze der preis ist heiß hat er gemacht was macht eigentlich der zonk den gibt es nicht mehr ja ja wird auch meine playback show die hälfte der zuschauer jetzt alles ja die meisten denken jetzt einfach nur Das war doch die letzte zum Dschungelcamp, ne? Ja, genau die. Und so werden wir auch eines Tages enden. Das wär doch lustig. Das wär nicht lustig. Trouble Town im Dschungel, ey. Eigentlich gern ins Dschungelcamp. Ich glaub, das wär cool. Wie wär's mit dem Dschungelcamp? Kulinarische Feinheiten, ne? Oh, wär dann auch dort der Kron. Ich mein, die wär ein bisschen lecker, wenn sie zubereitet wär noch nicht roh. Alles klar. Du kannst doch alles, die tischen dir doch nichts auf, was du nicht essen kannst. Man kann alles mindestens einmal essen. Ja, du kannst alles mindestens einmal essen. Kannst auch Kreide essen oder schmecken? Ja, kannst du auch. Ich hab ja nicht gesagt, dass du Kreide nicht essen kannst. Ich glaub, Kreide wär nicht so gut. Kalt ist nicht so... Kommt halt auf die Menge an, ne? Ja. Also so verkalkt, wie das Wasser hier in Kopenhagen ist. Der Wolf von den sieben Geister hat auch Kreide gefressen, damit er höhere Stimme hatte, ne? Ja. Ja. Es geht damit, das ist wichtig, um die Effekte. Probiert's bitte nicht. Macht es nicht. Zum Glück ist es die Samstagsfolge, weil am Sonntag haben sie schon wieder vergessen. Eben, genau. In der Schule fehlen überall die Kreide morgen. Oh, ja. Oder schon besser. Mit alle am Kauen, ey. Jetzt bauen wir einen Ambers. Lecker viel Zähne. Lecker viel Zähne. Es regnet, ihr geht's. Es schneit bei mir. Kommt zu mir lieber. Dein Monster-Turm ist schlecht. Was ist denn? Bettelt ihr euch wieder oder was? Wer hat das gesagt? Battlerisch. Wer battelt sich? Ja. Sachse und Manus und Daluwe. Macht auch nichts mehr anderes. Der Krieg ist real bei denen. Da ist der Enderman. Ich hab mein Fenster auf, aber vor dem Fenster hat gerade jemand geraucht. Das ist so ekelhaft. WIDERLICH! Hast du's auch? Raucher raus. Raucher raus. Sachse hat den Dünger geklaut. Das ist ja wirklich eigentlich so der böse Nachbar sein, der so die Tür aufmacht. Das ist ja verpissbar hier. Scheiße, Junge! Wenn Goro alt ist, ist er so ein Rentner, der nur am Fenster sitzt. Da hab ich so ein Kissen am Fenster. Ja. Und dann schreibst du so jeden auf, der zwei kmh zu schnell fährt deiner Meinung nach. Falschpark. Und die Hunde, die da überall hin scheißen. Und da rennt Goro dann hinterher, schmeißt die Kacke hinterher und so. Die schießt ja mit einem Luftrotgewehr. Aber die besitzt ja nicht die Hunde, das wär ja Sinn. Schön auf dem Hinterkopf. Kann man jetzt verzaubern oder nicht? Ja, kannst du. Nice. Aber noch nicht sehr hoch. Ich erinnere mich gerade an der Folge hier auf Streife oder wie das heißt. Wo dann auch so ein alter Rentner, der dann hier auf spielende Kinder geschossen hat auf der Straße. Mit einem echtem Gewehr? Mit einem Luftgewehr. Ja, wo ich aber dachte, what the fuck? Was haben die gesagt? Sie können ja nicht hier auf die Kinder schicken. Die scheiße Sack! Ja, die machen so einen Lärm! Oder... Diese Begründungen sind immer die besten. Sie können doch nicht. Doch, ich kann sie sogar. Ich hab nen Waffenschein. Ey, hier ist ein... Hey, der Schneemann lebt. Ist das nicht irgendwie so, dass in Deutschland der Führerschein... Ist das nicht irgendwie so? Nein! Oh mein Gott, sie hat ihn getötet! Nein! Ich hab ihn nur freigelassen. Hoppala! Entschuldigung! Was hast du gerade gesagt? In Deutschland ist es doch so, dass der Führerschein und der Jagdschein auf Lebenszeit ist, ne? Ja, der Führerschein überlegen sie sich doch zu ändern, oder nicht? Ja. Weil in Dänemark zum Beispiel musst du, wenn du, ich weiß gar nicht wie alt bist, 60 oder so, musst du jedes Jahr zum Führerschein fährst. Das find ich aber auch gut. Mhm. Aber... Hä? Ist das bei uns nicht auch so? Ich glaub nur, wenn du auffällig wärst. Ne. Nur wenn aber genau... Hey, was ist denn hier los? Wenn du auffällig wärst... Okay, aber auch schon. Ja, aber das äh... Ich glaub, das... Ich mein, das Problem hat bestimmt schon alle gehabt. Mit ihrer Familie. Also... Keine Ahnung. Opa... Keine Ahnung, der... mehr fahren sollte. 39 Level 8. Das glaub ich nämlich auch, aber das ist... Weil der Führerschein und der... Der Führerschein sind glaub ich auf Lebenszeit in Deutschland. Wie viele Bücher brauchen wir denn, Shigo? Ähm... 15 insgesamt für maximal 30 Level. Boah. Wie viele Bücher? 15 Bücherregale. Okay, das heißt, wir brauchen mehr... Ah, noch 15 mal 3, ne? Nein. Ich hab noch 6 Leder, also 2 Bücherregale quasi. Einfach Superrohr. Bist du mal an der Nachhilfeleder? Müsstest du mal ankommen. Weil hier nix mehr wächst. Wann hast du zu essen hier? Mein Nervenberuhigung. Und Leder brauchst du auch, oder wat? Äh, Leder hab ich 6 Stück. Ey, du hast die Tüterling umgebracht, die Tüter. Was? Ich hab überhaupt nix gemacht. Ich bin einfach weggegangen. Äh... Einige von den Führerschein. Äh, ich hab glaub ich, äh, noch 22 Bücherling. Was hast du? Das wär geil. Warte mal, ich bin gleich soweit, oder? Wie kann denn so ein Schmetterling einfach platzen? Cool, der Slammer. Ja, ich hab auch paar Dinge gekriegt. Der Tür eingeklemmt. Er wollte grad rein und dann hab ich die Tür aufgesch... Was? Wie kann er denn platzen? Oh Gott, die gemein. Ja, der... Ich hab mal auf... Ich hab mal auf, wenn ich irgendein Schmetterling... ...warte hier unten... Tüter. Oh, das ist ein bisschen... Pssst. Pssst. Ich hab schon wieder das Ruckzuck, äh. Der Schmetterling einfach tot. Unfälle passieren schlecht, oder? Ja, das ist so... Du hast Bakten von unser Essl- oder haben wir gesehen? Hast du grad ein Goretlauch? Nein. Die passiert... Ich hab nach Essen geguckt, aber die Kiste war schon leer. Weih, klar, toll. Halt! Die Strings brauch ich doch! Sert schon wieder Kisten geleert hier? Danke. No strings attached. Muss ich hier rein. Sind's 9 gar nicht. Was ist hier für keller Scheiße? Das ist alles. Alter wie viel? Ja guck dir das mal an. Eine Burger geklaut. Du musst auf jeden Fall die Schrimps und die Froschenke mitnehmen. Das sind deine. Und die Muscheln, die auf Reihe 2. Muscheln? Na die darfst du haben, hab ich dir geschehen. Du darfst ja auch nicht. Die Froschenke musst du auf jeden Fall mitnehmen. Wart's nicht. Danke sehr. Will ich aber nicht eigentlich. Möchtest du noch Kommes? Punkt. Die tu ich bei Crabs einfach rein. Lass zu strippieren. Machen wir wohl Crabs rein. So dann machen wir noch ein paar mehr Bisschen Regale. Warte wie viel Zeit ist noch? Ich muss noch einmal schnell zu Crabs Rindefel hoffen. Blöde Föhne. Den hau ich überall. Automatikum. Nice. Ich lock jetzt einen Creeper in Manus aus. Das Salz hattest du mir auch gegeben Graenz ne? Ja. Wie macht man Bubbly Water? Also later. Gehst du den Laden und glaubst du das in der Flasche? Einmal reinpuchen. Das gibt es zwar, aber man kann das irgendwie nicht herstellen. Ich bin gespannt wie Crabs reagiert, wenn ich in die Froschenkel gebe. Ne Bubbly Water kriegst du irgendwie nicht hin. Hey warte mal, wo ist ein Crabs? Wie kommt man denn in den Untergrund bei ihnen? Oder mal Pam's? Vielleicht gibt es da ne ne... Alter wieso sieht das bei Crabs immer so geil aus? Bubbly Water? Market? Was ist der Boy? Hast du den Market schon gebraucht? Ne wir haben keine Emel mehr. Crabsy. Kriegt man das durch den Market oder wie? Ich hab jetzt keinen Bock schon wieder 5 Stunden Bloop zu farben. Ich wüsste nicht wie man Bubbly Water macht. Ah, durch ne... Durch ne... Durch ne... Durch ne... Durch ne Presser? Durch ne Presser? Und dann Fresh Water rein und dann kriegt man... Warte mal, ich teste das... Hey Crabs hat das gar nicht gemerkt, dass ich die Froschenkel gegeben hab. Naja Leute, ob Crabs noch reagieren wird, das seht ihr erst morgen in der nächsten Folge bei Minecraft Stadttheater. Haut rein! Tschüs! 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 Tschüs-S Tschüs!